Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer kleinen Info zu diesem Projekt Slow Motion. Ich hatte ja mal angefangen mit der kleinen Mage und hab halt alles vorgelesen und und und. Die Sache ist aber die, ich hab... ich schaff das einfach nicht, ne? Wir haben ja jetzt die ganzen anderen Level-Projekte und irgendwo... Ich bin auch nicht ganz zufrieden mit dem Projekt, so wie es ist. Ähm, ich würde aber sagen, weil wir kommen ja demnächst, gibt's ja auch die ganzen Unterklassen und da gibt's ja auch so viele Storys, etc. Da können wir das gerne nochmal machen, weil das ist alles neu, da wird's mich wahrscheinlich auch nochmal mehr reizen. Aber mit dem Mage, das wird jetzt vorbei sein. Ähm, Mage werde ich natürlich auch nochmal als Level-Projekt machen, keine Frage. Aber ich denke, es bleibt jetzt dabei. Dieses Projekt hier beende ich, da kam ja auch schon länger nichts mehr. Und ja, auch wenn sie gerade hier mit dem Fuß so ein bisschen wackelt. Ich hoffe, ihr versteht das. Und wir sehen uns in den anderen Projekten. Da kommen ja auch noch ein paar Sachen und ich arbeite auch noch an was anderem. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Dankeschön fürs dabei sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin. Bye, bye.